Yo, willkommen zu Dead Space vom Dead Calissus Space Protocol oder so. Ich bin immer noch dabei, hier den flüssigen Stickstoff wieder aufzufüllen, hoffentlich. So, und ich hab's endlich in diese wunderbare, endlich, naja, wie soll man sagen, fast in die Kombüse geschafft. Hier wird auf jeden Fall schon mal das Zeug dafür angebaut. Wie heißt denn der ganze Schmuh hier nochmal? Ah, äh, Hydrostation, genau, dankeschön. Hydrostation, Leitstelle. Für das ewige Leid. Okay, viel kann ich hier gerade gar nicht machen. Ich hab gerade eben nochmal ein paar Schränke gelootet. Und schauen wir mal eben, ob ich irgendwas zum Verkaufen habe. Aber das Inventar sieht momentan ganz gut aus. Ich hab echt eine ganze Menge von Laserkanonen-Energie. Munition für die Laserkanone, ja, vielen Dank. Ähm, und hier auch für den, für die Strahlenkanone. Kann ich mir das auch da irgendwie mal links anschauen? Navigieren, Schlüsselemente sortieren. Wow. Ja, dann packt ihr die Waffen effektiv da oben hin. So, die Strahlenkanone, genau. Katastrophe mit dem Strahl mit lasergestützten Überwachungs... Überwachungsladung? Lasergestützten Überwachungsladung, was ist das denn? Äh, Primärfeuer und Laserfalle kosten ein Rack. Was heißt denn wieder ein Rack? Gott! Okay, Kompromiss. Ich probier die erstmal aus. Dann weiß ich nämlich später nicht, wie das geht in Notfällen. Perfekt. So, hier sieht alles wieder aus wie beim alten. Hm, das war schon immer so. Ja! Äh, Sir, da ist so ein bisschen Schimmel oben rechts in der Ecke. Aber, ähm... Den, den haben wir unter Kontrolle. Er hat letzte Woche nur, äh, Jeffrey gefressen. Äh! Okay. Dann klicke ich mal hier auf A für annehmen. Krass, das passt diesmal. Enzymsynthese wird initialisiert. Ja, please. Yes, please. Okay, das war einfach. Uh, uh. Enzymsynthese abgeschlossen. Vorsicht. Nicht einnehmen. Ah, was? Moment, äh, oh. Nicht einnehmen. Enzym bereit. Äh, Enzym bergen. Ja, bitte. Ist ja auch ein Bergenschiff. Ja, ich habe das Enzym. Es wurde so verändert, dass es etwas Großes verarbeiten kann. Sie wollten wohl töten, was da im Lebensmittellager ist. Hoffen wir, dass es funktioniert. Okay. Ich wäre da jetzt gerne im Lebensmittellager. Beziehungsweise, bevor hier alles den Bach untergegangen ist. Aber, ähm, naja. So, wo muss ich denn hin? Ja, halte Zugang zum Lebensmittellager. Ja. Ach, guck mal, hier ist direkt eine Schleuse. Ähm. Nun bin ich mir nicht sicher, ob die das hier... Oh. Ach, guck mal, da ist Jeffrey. Jeffrey, bist du es? Oh nein. Wow. Oh Gott, Leute, hier lüften. Ihr müsst mal hier lüften. Das ist doch fürchterlich. Nein, nein, nein. Ey. Ach so. Ach so. Dieser Leviathan, verseucht er die Luft? Die Luft, mein Team, er hat alles zerstört. Ich habe ein spezielles Enzym entwickelt, um ihn zu töten. Ich brauchte nur flüssigen Stickstoff, um die Synthese zu vollenden. Aber von der Krankenstation kam keiner zurück. Hier ist etwas von dem Enzym. Oh, mein Gott. Wie? Hören Sie, wir müssen es in den Leviathan injizieren. Das Lebensmittellager ist zu sperrt, aber es gibt einen anderen Weg. Einen riskanten. Riskanter als zu ersticken? Mein Team. Es wurde... verändert. Oh, je. Sie werden den Leviathan verbunden und atmen seine Gäfte aus. Aber diese Verbindung ist beidseitig. Okay. Wenn ich Ihr Team erreiche und das injiziere... Das Enzym hat direkt ins Herz des Leviathans transportiert. Yes. Finden Sie die... Keuche. Beenden Sie Ihr Leid. Und wenn der Leviathan geschwächt ist, schließen wir den Mistkerl ins Ei. Oh je. Ich erinnere mich. Ziel inaktiv. Erhaltung zum Lebensmittellager. Ziel aktualisiert. Indiziere die Keucher. Keucher? Äh, Keucher 1 bis 3. Okay. Ach so, ich... Ah, okay. Ich darf wieder zurückgehen. Oh je. Ich erinnere mich. Das war im Originalen richtig, richtig geil. Also je nachdem, von welcher Perspektive man das sieht. Und ich hoffe, das wird gleich genauso spaßig. Oh, jetzt habe ich Bock. Our aim. No accidents. Nein, nein. Das... Ja. Außer für... Womit? Außer für Anwälte. Äh... Oh, ich habe die Waschstraße gefunden. Laufen. Ha? Okay. Warfen auch great. Cool. Ripper. Aber welches sagen wir dir nicht? Ja, herzlichen Dank auch. So, Credits. 1800. Her damit. Und ein paar Pflanzen, die es geschafft haben. Sehr schön. Die Natur schlägt zurück. Strahlenmunition. Ja. Ich habe ja auch noch gar nicht so viel. Scheiß Ventilatoren. Ah, nee. Ich warte doch lieber noch ein bisschen. Mhm. Senior Bench. Und... Senior Sink. Sink. Mark. Äh, Sink. 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 Upgrade. Freigeschaltet. Ripper. Upgrade. Diagramm erweitert. Eine neue Spezial... Ja, toll. Sagen wir doch mal welche, Mensch. Aha. Ripper. Okay. So. Den hatten wir... vorher schon. Ich habe effektiv noch überhaupt nichts ausgerüstet. Geil. Äh... Ripper Klingen erhalten ein zusätzlichen Querschlä... Äh... Äh... Umlenkkanten. Ich habe schon Umweltkanten gelesen. Ne? Das sind, wenn die Ökos ins Fitnessstudio gehen. Dann sind das die Umweltkanten. Äh... Winkelwerfer. Ripper Klingen erhalten ein zusätzliche... Ja, toll. Ähm... Das braucht eigentlich kein Mensch. Da hätte ich echt in... Also, in echt hätte ich da wirklich Schiss, dass der Diskurs dann wieder zurückkommt. Äh... Die Kreissäge. Und, ähm... Naja... Nochmal zusätzlich teilt. Ohne, dass man das möchte. Kapazität. Schaden. Ich habe gerade extrem viel... Von den Laser... Munitionsdingern. Dingern, du weißt schon. Hm. Und deswegen würde ich mich gerade dafür mal entscheiden... Eher die aufzurüsten. Guck mal, der... Achso, den Ripper habe ich eh kurz weggelegt. Mhm. So, ob ich schon mal dabei bin, könnte ich auch nochmal eben den... Äh... Plasma Cutter hier nachladen. Sehr schön. So, dann... Ja, gehen wir kurz in die Sekunde. Komm, please. Die Sekunde hast du eben noch. 27 Schuss für den... Wie heißt das Ding nochmal? Für die Strahlenkanone. Und, äh... 49 für die Laserkanone. Da lässt sich also einiges machen. Viel zu viel von allem. Okay. So. Long story. So. Ich... Guck mal, dass ich... Oh, hier habe ich noch Schaden. Genau, die zwei Knoten dafür. Und... Wo komme ich denn hier zum ersten Upgrade da unten? Äh, die habe ich alle noch gar nicht. Aber... Oh, Kapazität braucht doch kein Mensch. Das blöde ist, da hast du ein Dead End, denn... Ja, du kriegst zwar Schaden schön, aber... Äh, das bringt am Ende des Tages auch nichts mehr. Was ist das denn? Projektilgeschwindigkeit... Oh, okay. Na gut. Komm. Dann kriegt die Strahlenkanone mal ein Upgrade. Fair enough. Präsentiert von Version 4.1. Hm. Ach, ich hasse das. Die Tür geht einfach wieder zu. Ach so, der ist generell kaputt. Ah, okay. Nice. R-Stuf 3 haben wir immer noch nichts. R-Stuf 3 erforderlich. Da gibt's wieder was für'n Flamer. Da ebenfalls. Wo gibt's denn eigentlich was für'n Ranter? Ja, schon wieder kommt dagegen. Yo, und hier kommt die Rastgeber. Dr. Chausen. Okay, er zappelt noch ein bisschen. Oh, mein Gott. Anbaukammer West. Ein bisschen Anbaukammer East. East ebenso. Äh, da gibt's was zu looten. Und finde die Arena in... Ah, geil, wie das klingt. Ah, cool gemacht. Credits. Credits. Und lass mich verraten. Credits. Hier werden also waschechte Tomaten angebaut. Ich hatte immer diese Werbeplakate. Oh, oh. Ciao. Ich hab' ihn gehört. Links. Ja, ja, mach mal. Einmal durch alle, bitte. Stell dich auch mal kurz hin. Danke. Ist ja gar kein Durchgang mehr. Lauf doch. Wie null. Null Munition. Boah. Oh shit. Was ist mit dir? Ne, 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 ne. Oh, seine ersten Kletterbewegung. So, hörst du doch mal auf mir. Oh. Oh. Oh, ich hab' mich auch gesagt. Kann man da grad echt doof an. Warte mal kurz. Ein paar Leben hab' ich ja noch. Ein paar Leben hab' ich ja noch. Aber wenn ich das weiter spiele, hilft mir das auch nicht mehr. Oh. Yo. Ciao. Ach so. Oh, das kann ich dann gegen so ne Wand schmeißen. Warte mal. Eben so ungefähr. Boah, bin ich gut. Komm her. Oh, nicht du. Boah, kommst du her. Ja, hau' ich mal rein. Ciao. Leben. Ups. Und nicht er. Nein. Ich hab' ihn verstärkt. Ach so, da ist jetzt nicht durchgelaufen. Nicht so durchlaufen? Nein. Wieder was gelernt. Den wieder einsammeln? Nein. Jetzt lauf' doch doch mal durch. Ja, macht der. Aber bringt dem nichts. Ja, genau. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Okay. Entweder ich bin dafür noch zu doof oder... Nee, Option 2 gibt's nicht. Wie kann man da daneben schießen? Der ist einfach... Viel zu hässlich, um daneben zu schießen. Alter. Okay, viel zu schlecht. Drecksack. Ja, die haben sich auch in Wohlgefallen hier aufgelöst. Ja, nice. Hä, ist echt so. Okay. Wieso? Oh, mein Postfach. Viel zu viele Möglichkeiten zu kämpfen, viel zu... Also, ne, das mit den... Mit den, ähm... Mit den Fallen, das lass' ich mal lieber, weil... Ja, toll. Äh, also... Ich wär' mich dafür zu blöd, das anzusetzen. Oder ich seh' den Sinn nicht. Und, äh... Sicherheitsdienst. Sicherheitsdienst. Hier spricht Dr. Cross auf der Hydrostation. Irgendwas hat die Hülle beim Lebensmittellager getroffen. Vielleicht ein Asteroid. Es gibt Faletze durch die Dekompression. Wir brauchen Sanitäter und Ordnungskräfte. Sofort. Oh, mein Gott. Was in aller Welt ist das? Alle raus aus dem Lebensmittellager. Es lebt! Wie kann es leben? Oh, je. Das erinnert mich so ein bisschen damals an die Dinos, wenn das noch einer kennt. Oh, hier könnte ich die Etagen wechseln. Nice. Da lebt ja auch immer alles im Kühlschrank. Und, ähm... Naja, irgendwie... Gibt es da dezente Ähnlichkeiten, möchte ich meinen. Dragonfly. Gibt Drogenfleiß keine Chance. Warum liegt da Munition auf dem Boden? Warum liegst du auf dem Boden? Hä? Ja, er hat sogar noch was dabei. Warum? Was mit dir? Ne. Mal. Hm. Wie viel Leben habe ich denn noch? Oder wie viel... Ach, guck mal. Ist auch gar nicht noch. Was ich so ein bisschen vermisse, ist, dass man das hier mit... Ähm, also genau, das gilt auch für das Callisto-Protokoll. Dass man die Sachen so wie bei Resident Evil kombinieren kann. Und du dadurch mächtigere Sachen zusammenbauen kannst. Das wäre ganz cool. Wobei ich... Kann ich da dran atmen? Ne. Ach, den muss ich aus dem Weg räumen. Ach so. Ja, nice. Aber ich gehe erstmal hier rein. Ähm... Das macht nicht immer Sinn. Vor allem, wenn du dann eher so auf... Also so offensichtliche Sachen immer zusammenräumen darfst. Warte mal kurz. Ich muss gerade diese Situation würdigen. Energiekanone. Hm. Erfolg freigeschaltet. Du hast... Komplettes Arsenal freigeschaltet. Cool. Da fehlt eigentlich noch das. Aber naja. Cool. Energiekanone. Die... Ne. Chinese Booster für kurze Entfernungen. Chinese Booster für kurze Entfernungen. Halten. Primärfeuer. Halten. Gravitationsfeld. Kosten. Eine Energie. Eine ganze. In Zahlen 1. Okay. Wird gescannt. Ein leistungsfähiges kinetisches Verstärkungsgerät mit großer Reichweite. So. Primärfeuer. Gravitationsfeld. Erzeugt. Ja. Und das Nützlichste habe ich noch nicht mal wirklich gelesen. Wo steht das hier? Ups. Ähm... Schlüssel-Elemente sortieren. Oh. Sag mir doch, was das kann. Please. Ups. Entschuldigung. Sie haben ja nichts verloren. Trotzdem scheint derjenige hier oder diejenige, die beiden noch in Schach gehalten zu haben. Haben zu können. Moment. Falscher Fuß. Hm. Freigabe bestätigt. Ach cool. Da darf ich auch noch. Hä? Okay. So. Das macht das. Und das macht... Ah. Nice. Oh. Ich sehe da Synergien. Zwischen der Kanone und der... Der Oh. Ja, das geht immer noch. Ja, genau. Ach, shit. Zwischen der Kanone und der Strahlenkanone. Festhalten. Dann... Dann... Drauffeuern. Achso. Oh nein. Ha? So. Feuer frei haben sie gesagt. Alles klar habe ich gesagt. Hm. Ja, genau. Also, ne? Die ist eigentlich für alles ganz gut. Vor allem... Dann... Bleibt alles da, wo es ist. Und man kann es mit anderen Schüssen bearbeiten. Oder mit Propanflöten. Propanflöten. Allöchen. Oh nein. Ja, genau. Daran gehen. Ja, natürlich. Aber sonst ist alles in Ordnung, ja? Okay. Pass auf. Äh. Mach ich sofort. Ich guck mich gerade mal um. Da... Gibt's noch ne Tür. Okay. Ich geh mal ganz kurz raus, dass ich da... die... Die Sauerstoff nochmal hab. Ey. Hä? Geil. Hast du das gerade gesehen? Guck mal. Die gehen davon aus, dass man hier in den Raum reingeht. Dass man das dann injiziert. Und wenn du dann hier rausgehst... ...kiss... Okay. Genau. Da hat er nämlich toxische Gefahr beseitigt. Und... Äh. Das stimmt ja gar nicht. Liebe Entwickler. Hä? Ja, meckern auf einem Niveau. Ich weiß. Ach, bist du mein Süßer? Ach, komm mal hier. Gut, 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 gut. Okay. Kurze Sauge. Toxische Gefahr. Okay. Wurde endlich, äh... League of Legends, äh... vom Markt genommen. Moin! Ja. Ach, ich... ...lass mir zu viele Leben abziehen. Team Scheduling. Wer muss denn wann wo arbeiten? Oh Gott, da hast du nur noch so IDs. Ja, willkommen in der Zukunft. Namen? Den brauch ich nicht mehr. Äh, Nummer 327. Jetzt noch kann die Arbeit, Stammtruppler. Oh. So, Junge, und schon. Nestflüchter. Fuck. Kommt der denn her? Gut. Ja. Der überlebt's wieder. Ciao. Ich hab noch mal lesen Worschen. Ich hab gar nicht nach Ihrem Namen gefragt. Isaac Clarke, Systemmechaniker. Mechaniker. Haben Sie Jacob Temple gesehen? Nein. Aber ich suche auch nach jemandem. Dr. Nicole Brennan. Dr. Brennan? Sie hilft auch Menschen, die Unitology verlassen wollen. Ja. Meine Mutter zum Beispiel. So trafen wir uns. Ich hoffe, es geht ihr gut. Die Unitologen hier mochten es nicht, wenn jemand hier fragt. Und seit dem Tod des Käpt'n sind sie durchgedreht. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, warum. Etage 3. Warum darf ich denn nicht zu Etage 2? Komm, ich fahr einfach mal zu 2. Als der Rebell, der ich bin. 3. Wenn das Spiel passiert, fahr ich jetzt mal erst recht zu 2. Ah. Ich glaub, ich hab gar keine andere Wahl. Credits. Hm. Zum Kälteturm. Was ist denn auf der anderen Seite der Map? Äh. Da geht's auch hin. Aber wohl erst später. Da ist nämlich so ein Ziel. So. Da könnte ich hin. Und. Hier hab ich wieder so eine Art. Achso, ja gut, dann kann ich da wahrscheinlich nur die, hä, Türen? Kannst du das Dschungelambiente ausschalten? Okay. Na gut. Hä? Warte kurz. Therapeutisches Ambiente aus. Therapeutisches Ambiente. Nice. Gott, das muss ich auf der Arbeit vorschlagen. Das ist ja, okay. Therapeutisches Ambiente, ey. Nö, das will ich jetzt haben. Dschungelambiente. Therapeutisches Ambiente. Dschungelambiente. Okay. Geil. Ah, und der Shop. Sehr schön. Noch ein paar Credits angesammelt. Mal sehen. Neue Gegenstände zum Kauf verfügbar. Unterschall. Oszillator. Ja, du bist auch so ein Oszillator. Indem ich da etwa negative Schwingungen war... 12.000, ja klar. Bringen diese Zahl zur Werkband, um den Upgrade-Fahrer zu ergänzen und ein spezielles Update zu halten. Ja. Wenn die mal wenigstens zeigen würden, was man damit genau ausrüstet. Aber ich sag's ja immer wieder. So. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Genau, für den Ripper und für das Impulsgewehr habe ich gerade 0, überhaupt gar keine Munition. Munition. Also bleiben die erstmal im Schrank. Äh, Flammenwerfer ist gut, aber vier Waffen. Ich glaube... Ach komm. Ich glaube, ich komm auch mal ein paar Minuten ohne den... Nicht verkaufen. Nein! Das wollte ich nicht. Ein paar Minuten ohne den Plasma-Cutter aus. Äh. So. Was haben wir denn noch hier für den Impulsgewehr-Upgrade? Nope. Flammenwerfer-Upgrade. Äh. Geliertes Hydrazin. Genau. Bringe dieses Teil zur Werkbank, um den Upgrade-Fahrer zu ergänzen. Und ein spezielles Jahrgenau. Laser-Kanonen-Upgrade. Boah, ist das teuer! Gott! Ja, vor allem... Das bringt mir halt überhaupt nichts, weil ich einfach nicht genug Knoten habe. You know what I mean? Deswegen würde ich lieber Knoten kaufen. Was ist der hier? Und kann dann... Ja gut, effektiv kannst du ja auch die Waffen verkaufen, ne? Aber er macht das schon. Ich weiß nicht, ob ich noch mal Bock auf New... Ja, genau. Professioneller Telespieler, lass mich raus! Hey. Keine Waffe ausgerüstet. Äh. Der Kollege sieht so aus, als würde er ganz besonders den... ...den oder die Laser-Kanone gut finden. Ähm. Ausrusten, genau. Jo. Jo. Genau so lade ich meine Fernbedienung auch mal... Oh oh. Nyea. Genau so lade ich meine Fernbedienung zu Hause auch immer durch. Wenn du die Batterien wechselst... Fernbedienung... Wer hat denn heute noch Fernseher? Please. Okay, einen Fernseher habe ich tatsächlich, aber ähm... Ne? Ohne dieses äh... Normade-Fernsehen-Zeugs. Alles geht heute eh über das Internet. Themenwechsel... ...ohne irgendwelche Gründe, aber... Oh. Ja, ciao. War's das oder kommt da immer unendlich mehr? Geil, die sind mega schwach und du kriegst so viel Loot durch die. Herr damit. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ja, komm. Speichern. Ich mache allerdings noch ein paar Minuten weiter, denn sonst mache ich hier wieder keine Meta. Das Meta-Game. Res... Ne. West Refrigeration Corps. Oh, hier ist ein bisschen eisiger. Und da gibt's wieder einen Knoll. Schwerelosigkeit deaktiviert Ah nein Da kann ich wieder durch Ähm Gibt es hier gerade einiges an Loot? Ja klar Was haben wir denn hier? Hast du Loot? Nö Oh je Natürlich Gott die ganze schöne Munition Wo ist es hin? Achso es lebt noch Ja klar Ich leg hier was mit Explosion Den kann man leider leichter neben schießen Ach und das ist mies Dass man die Nein pass auf Ich bin wieder dumm Mach es doch einfach mal mit Gehirn Kann nicht schaden Siehst du das Licht? Ach das bin ich? Cool Ich bin das Licht Oh mein Gott Da wird also mein Schnitzel aufwart Nice Die Leute müssen sich ja bei den ganzen Videos immer fragen Ob ich tatsächlich so verfressen bin Und die Antwort ist ja Oh Ich würde allerdings behaupten Dass man mir das nicht ansieht Das ist die andere positive Eigenschaft dabei Wo? Wo? Gefahr Darf ich mal? Wo? 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 Hä? Ist gerade geschossen Dude Hä verdrückend? Tatsächlich Ja von da ganz hinten Guck Zehn Kilometer Entfernung Äh Warte kurz Ja komm schieß Ach Kerl du schon wieder Der Flamer Nein von dem RB LOL Hab ich schon mal gesagt Dass sich dem näher ein sterben heißt Oh oh Naja ist ja gut So darf ich mal komm her Die Gefahr der Rückenpickel Indiziere Keucher 3 Tschüss Tschüss Schön wieder durchatmen Kulisch Ach Ja toll Ja okay Wie sollst du das denn sehen Wenn Ohne Trial and Error Und nur zwei Midi Packs Das Klingt gar nicht mal So nach Spaß Gibt es hier noch irgendwas zum Looten Da geht es Nicht rein Das sieht so aus als könnte man da rein Aber Das wird nicht der Fall sein Äh Okay Nicht in die Zacken fliegen Ja natürlich Esliches Vieh auf 3 Uhr Es ist äußerst esslich Ich hab noch nie so was essliches gesehen wie dieses Vieh Ja ok nicht wahr Das gerade oben war auch esslich Das ist denn dieses magnetische Zeug ist egal So laser kanone tschüss Okay Dankeschön So das wird jetzt allerdings schwer für euch Ich nähere mich nämlich diesem Speicherterminal So Dann Äh Indizieren wir mal Keucher Nummer 2 In der nächsten Folge Ich darf mich mal wieder fürs Zusehen bedanken Luft habe ich nicht vergessen Das braucht man zum Atmen Und Äh Na wieder schauen rein Ciao ciao Und bis Dann Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020